Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss gleich mal unter die Dusche hüpfen und mir die Haare waschen. Das habe ich seit zwei Tagen nicht mehr gemacht. Voll eklig. Und wir frühstücken gerade. Heute mit einem guten Start in den veganen Tag. Ich habe extra das Ei sogar weggelassen. Dann haben wir schon mal auf jeden Fall das Frühstück vegan abgehakt. So, das hier ist der Paran Badung. So heißt es glaube ich. Das ist der größte Marktbazar von den Bazar. Und den werden wir jetzt mal ein bisschen erforschen. Wow. Gewürze und Sachen en masse. Von der Hälfte weiß ich nicht mal was das ist. Ich glaube das ist Ingwer. Aber das? Ich weiß gar nicht wie viele Etagen das Ding hat. Hier oder so? Kleine getrocknete Fische. Schmuck. Alles da. Wie viel es hier einfach gibt. Oh, ich glaube das hier ist Annikas Abteilung. Wow. So viel Zeug. Der liebe Markus hat uns übrigens auch noch mal ein Fünfer gespendet gestern. Und der hat sich da noch etwas Besonderes gewünscht. Der möchte nämlich, dass ich einen abgesnackt mache. Mit sehr sehr scharfen Sachen. Und ich habe hier schon ein paar verschiedene Sorten Chilis gesehen. Und ich glaube davon nehmen wir mal ein paar mit. Und dann werde ich die mal absnacken für euch. Auf der zweiten Etage gibt es scheinbar nur jede Menge Klamotten. Natürlich darf auch das Leibliche wohl nicht zu kurz kommen. Boah, das ist die totale Reizüberflutung dieser Markt. Absolut krank wie riesig das hier ist. Und wie dicht gedrängt das alles zusammen ist. Boah. Ja, irgendwie sowas werde ich glaube ich mitnehmen. Gemüse, soweit das Auge reicht. Wir sind völlig überfordert. Eine riesige Stinkefrucht. Oh Markus, was tue ich mir da an? Oh, ich weiß nicht, ob ich diesen Fischprodukten kauen würde. Naja, wir sind auf jeden Fall wieder draußen. Wir waren sehr erfolgreich. Haben zwei Beutel mit Obst und Gemüse eingekauft. Und haben dafür jetzt 33.000 Tropien bezahlt. Das entspricht einem Gegenwert von ungefähr 2,15 Euro. Und was wir dafür alles bekommen haben, das seht ihr gleich, wenn wir wieder im Hotel sind. Okay, wir haben ergattert Jackfruit. Das war gar keine Durian, das war eine Jackfruit. Dann haben wir so Mini-Maiskolben. Viel zu viele. Aber war die kleinste Portion, die wir kriegen konnten. Dann haben wir eine Möhre. Eine kleine Portion Bohnen. Natürlich auch viel zu viel. Da können wir auch zweimal von essen. Dann für den Markus, ja, hier schön die Chilis, die ich mir nachher noch reinhauen werde. Oh mein Gott. Mir brennt jetzt schon die Rosette davon. Nur vom Angucken. Dann haben wir noch ein paar von diesen Skinfruits. Keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Ich hoffe ja immer noch, dass ihr das mal in die Kommentare schreibt, was das denn ist. Die sagt eben Skinfruit. Sieht so ein bisschen schuppig aus. Dann haben wir noch eine Avocado ergattert. Und dann haben wir hier noch diese Dinger. Was ist das? Fragt ihr euch? Das frage ich mich auch. Keine Ahnung. Aber wir haben vier Stück davon für 5000 bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel oder zu wenig war. Die sehen auf jeden Fall ganz interessant aus. Und dann können wir uns nachher nochmal eine schöne Fruchtplatte machen zusammen mit der Jackfruit, den Skinfruits. Und vom Frühstück haben wir noch übrig Melone und Papaya. Und von gestern haben wir noch die Mango. Also das wird eine sehr ausgewogene, großzügige Fruchtplatte. Und jetzt der einzige wahre Grund, warum wir überhaupt unseren privaten Pool haben. Ja, das wird jetzt spannend. Nudeln kochen. 250 Gramm. Mit einem winzigen Topf. So, da brutzelt das Gemüse vor sich hin. Man muss jetzt noch ein bisschen ziehen, damit die Bohnen auch gut sind und die Karotten ein bisschen weich werden. Und dann könnten wir eigentlich essen. Aber das war jetzt so eine Qual, diese Scheiße zu machen. Wir haben kein Messer, wir haben kein Schneidbrett. Wir haben nicht mal ein Handtuch, um unser Geschirr abzutrocknen. Das heißt, ich habe eben hier diese Papierhandtücher genommen, um das ein bisschen zu trocknen, die Teller und so. Dann wollten wir eigentlich uns mit so einem Dose Tomatenmark so eine Grundlage für eine Soße schaffen. Dann habe ich die aufgemacht. Und was war drin? Ein scheiß Dosenhering war drin, ja. Also, vegan will irgendwie nicht so richtig bei uns. Warum Arsch-Scheiß-Küche hier von wegen? Man hatte unsere Küche im Auto ja bei Vorausstattung. Da hatten wir wenigstens ein Geschirrtuch. Da hatten wir wenigstens Teller. Da sind die Teller, auf denen heute Morgen unser Frühstück kam. Und die Teller räumen die nicht ab, nachdem die das serviert haben. Gestern die Teller standen einfach den ganzen Tag hier rum. Die waren zwischendurch da, haben in dem Raum drin gesprüht, aber haben nicht diese scheiß Teller weggeräumt. Dann kriegst du hier in nirgendwo, in keinem beschissenen Laden, kriegst du hier eine Soße, ne. Und die einzige Soße, die wir gefunden haben, das war eine Bolognese mit Fleisch. Vegan sein ist so toll. Boah, Leute, ich bin so richtig im Rage-Mode. Ich bin so angepisst. Okay, ich habe mich wieder ein bisschen abgeregt. Veganes Kochen. Die nächste Runde bricht an. Diesmal mit leckerer, wunderbarer Spaghetti-Soße. Auch wenn da oben irgendwas von wegen Bolognese-Siski steht, ist es nur Tomatensauce. Es ist keine tierischen Produkte drin, glaube ich. Und dann werden wir uns noch den Rest von Gemüse reinschnippeln. Und weil wir so einen gut gelaunten Veganer-Tag haben, probieren wir jetzt noch diese leckere Frucht, von der wir keine Ahnung haben, was sie ist. Schneid die einfach mal so auf und da sind so Kerne drin. Ich denke mal, die isst man nicht mit. Einfach alles rausschneiden, was nicht aussieht, als könnte man es essen. Hier noch ein bisschen das rausschneiden, was nicht so lecker aussieht. Auge isst ja mit. Annika, komm mal her. So, meine Reizenassistentin, schweigst du die Nudeln kochen lieber. So, meine Reizenassistentin, da isst die das jetzt einfach schon. Ich wollte doch sagen, dass meine Reizenassistentin das jetzt mit mir zusammen probieren wird. Aber nein, die blöde Kutscherinorin. Also, zum Wohl. Siehst du das? Ist ja von der Konsistenz her so ein bisschen wie Radieschen, nur weicher. Ein bisschen sauer. Hat so ein bisschen Scheiße, die Nudeln kochen schon wieder über. Ja, kann man essen, ne? Aber geht so. Mal was anderes. Die kann man noch einfach essen. Ich zeige dir jetzt mal einen Trick, den ich heute gelesen habe, wie man die aufmacht. Man drückt die einfach hier oben zusammen. Dann kann man die so aufziehen. Oh, die is schon überreif. Oh, da hat es uns schön verarscht, als es uns die verkauft hat. Oh, die ist schon natsch. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Aber die heißt auf jeden Fall Schlangenhautfrucht. Knoblauchfrucht. What the fuck war das? Was? Der Knall gerade. Die Tür. Bah, die ist schon komplett vergammelt in den drin. Das ist uns schön verarscht. Wie gut, dass wir noch zwei weitere haben. Die sieht auf jeden Fall besser aus. Das ist die Schlangenhautfrucht. Schlangenhautfrucht. Salak? Samak? Salmiak? Ne, keine Ahnung. Aber ich finde die eigentlich ganz lecker. Die könntest du auch ruhig in Deutschland mal geben. Gibt es bestimmt auch. Kosten dann wahrscheinlich nur ein halbes Vermögen. Die gute Snake Skin Fruit. Die Schale sieht aber auch einfach nur cool aus. Das ist die Schale von außen. Da sieht man diese kleinen Schuppen von so einer Schlange. Richtig lustig. Und von innen sieht man das sogar auch. Ja, nice. Schält. Zack. Aufgemacht. Tada. Da muss man nur noch hier diesen ungenießbaren Kern rausholen. Was soll der Geiz? Ich glaube, es hat sich noch nie ein Mensch so dumm eingestellt beim Snake Skin Fruit schälen wie ich. Ja, da ist der Kern. Leck damit. Braucht man nicht. Lecker. Gut. Mh. Vegan. Ja, super. So, jetzt nur noch die Jack Fruit entkernen. Das Problem bei der Jack Fruit ist, dass der Kern in so einem Samensack drin ist. Haha, Sack. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hier ist der Kern. Der kommt hier zwar so raus. Jetzt hängt aber noch so ein bisschen was drin. Das heißt, wenn ich das jetzt hier so aufmache an der Seite, dann seht ihr, das hier ist der Samensack. Der schmeckt wohl nicht so gut. Zumindest hat die den uns vorhin, als wir das probiert haben, hat die uns das so rausgemacht. Deswegen mache ich das einfach auch mit raus. Und der, die war gut. Da ist der Samensack mitsamt dem Samen einfach hier Samen im Sack rausgekommen. Dann brauche ich das nicht nochmal, aber ich schneide das trotzdem auf, damit wir das so ein bisschen kleiner haben. Weil kleine Säcke sind die besten Säcke. So, den hier noch. Und den letzten, das ist etwas Beruhigendes, dieses Entsamen von der Jackfruit. Das ist ja fast wie Schrimpspulen. Schrimps sind doch gar nicht vegan. Ja und? Pech gehabt. Fertig. Fruchtteller für nachher ist auch parat. Dann sind wir noch die Nudeln fertig kochen. Läuft bei uns. Noch ein paar Maiskolle reingeschnippelt. Aber ich habe gerade auf der Verpackung gesehen, von dieser Tomatensauce, dass da Beef Flavor drin ist. Es ist Beef Flavor, also Rindergeschmack. Ist der aus Rindern gemacht? Wird da so ein Rind getrocknet und püriert und dann da reingerieben? Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist das auch nicht so wirklich vegan. Aber hey, statt Hackfleisch ist wenigstens Soja drin. Der Tag ist vorbei. Was habe ich mich heute aufgeregt? Mein Gott. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, auf seine Ernährung zu achten. Jetzt haben wir uns noch zum Abendessen ein bisschen snacken hier. Was von der Jackfrucht und von der Schlangenhautfrucht. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt oder überhaupt wie die heißt. Warte, ich google mal schnell. Salak heißt die gute Frucht. Da steht's. Salak. Ja, da snacken wir uns jetzt noch ein bisschen. Ich werde jetzt das Video schneiden und dann geht's ab ins Bett. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Könnt ihr mal eine Bewertung da lassen oder das Video teilen und morgen wieder einschalten. Bis dann.